Hallo und herzlich willkommen zum nächsten verzauberte Herbstinsel-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gestalten wir die Bäckerei rund um Monas Haus. Hier seht ihr, wo ungefähr auf der Insel wir uns befinden und wo Monas Bäckerei dann hinkommen soll. Ich hatte mega viel Spaß das zu gestalten und ich finde es passt super zum Eingang und das ist ein toller Übergang. Man merkt es fast gar nicht. Ich bin echt sehr zufrieden wie es am Ende aussieht und ich hoffe euch gefällt es auch und ihr habt viel Spaß beim zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe, tschüss! Schönecke 1 1 2 1 2 3 4 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.